Musik Wir sind hier gegen 10 Uhr auf die A3 zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert worden. Vor Ort war ein Pkw nach Alleinunfall auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen und eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Erstversorgung wurde die Person mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Im Anschluss wurden auslaufende Betriebsstoffe dann noch abgestreut und der Brandschutz wurde sichergestellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017